Hallo und Willkommen zur Modenacht in Apolda 2023. Hier ist richtig was los und jetzt ist gerade der Design erwart, der vergeben wird. Das war's für heute. Das ist der meistgeschätzte europäische Wettbewerb in Sachen Mode, 1993 gegründet. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich möchte mich ganz herzlich für deine Moderation bedanken. Und mit was macht man das besser als mit beiden aus der Region? Ein ganz großes Dankeschön. Unser erstes Treffen war 2006, die Bürgermeisterschaft. Da haben wir hier mal ein Musical aufgeführt mit Felix Leisburg. Und du kannst dich vielleicht gut erinnern. Also alles Gute. Vielen Dank für deine Moderation. Und allen einen schönen Feierabend. Kommt gut nach Hause. Da sind wir hier folgen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018